Ja, Momon Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit der Dredsche unterwegs und haben folgendes Setup dabei. Fluten des Zorns, Schmerzensecho, Totenschalter und Nurses Calling. Das Video ist natürlich wieder ein bisschen wat älter, das bedeutet Totenschalter und Schmerzensecho funktionieren noch ziemlich gut zusammen. Aber das werdet ihr jetzt ja im Lauf der Runde hoffentlich sehen. Viel Spaß! So, direkt in der Dunkelheit gestartet ist mal ganz nice. Vor allem kann man hier dann auf der Map mal ein bisschen die Survivor raussuchen. Da vorne laufen die schon, die Schlingel. So, als ob ich jetzt anders rumgehe. Ich würde sagen, hat geklappt. Ja, sie wird hart im Nehmen sein, aber ansonsten ansonsten oh, rennt sie jetzt dahin, wo nichts ist. Das ist gut. Jetzt könnte aber der eine Maid noch hier sein, den wir am Anfang gesehen haben. War auf jeden Fall jemand dran, ja. Okay, danke für den Bodyblock. Sehr nett von Ihnen. Sendback, wie er im Buche steht. Und sie bleibt sogar hier, das finde ich nice. Digga. Oh, sie zieht. Da rechts war noch jemand. Den habe ich wohl gesehen. Steve! Okay, der rennt jetzt rum. Wenn ich hier aber so lang gehe, kann ich... Oh, beide sogar. Das ist geil. Beide auch zurückgegangen? Nein. Ihr wollt die doch jetzt nicht da hängen lassen, die beiden Bengals. Die wurde jetzt gerettet. Alle, der ist schon weg. Tut mir leid, Steve. Auch wieder ein schöner Start, den wir hier hatten. Mann! Ich habe mich wieder selbst verböselt. Das, was ich immer am besten schaffe. Okay, aber hier ist halt nix. Das ist halt so eine richtige Todeszone hier hinten. Okay, erster Generator ist jetzt durch. Dann sind die da wahrscheinlich aber zu dritt auch dran gewesen, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, wir packen ihn wieder in den Scourge-Truck. Dann wird der Generator da hinten nochmal zurückgesetzt, falls da irgendjemand in der Zwischenzeit war. Und wir können... Ah, hier ist jemand lang gerannt. Ist das schon hier drinnen gewesen? Okay. Oh ja, da ist sie. Direkt wieder in die Nacht gleich rein. Kalt! Hier ist einfach so rumgerannt. Hä? Hä? Man kann es ja mal probieren, hat sie sich gedacht. Oh! Ne, komm, ich sammle sie kurz auf, dann kann ich den Hook nochmal wieder nutzen. Und es ist ja eh nacht. Das heißt, vielleicht können wir dann sogar noch sehen, wo die Jane hängen ist. Der Generator. Oh, nice! Oh, nice! Das war ein schöner Port. Oh, oh! Hat sie es verkeckt? Vielleicht nicht. Schade. Oh, die ist da runter. Nein! Die ist einfach über mich rüber geschwungen. Wahrscheinlich hat sie es nicht mal verstanden, was sie da gemacht hat. Kann das sein? Oh! Hier war auch noch jemand anders, oder? Ah, ärgerlich. Wieder selbst beim Buselt, Leute. Können wir auch einen Counter mitmachen, ey. Hier sind wir die Palette wahrscheinlich jetzt spielen. Ich weiß nicht, ob die Palette safe ist mit meiner Fähigkeit, wenn ich ehrlich bin. Oh. Ist auch ohne meine Fähigkeit nicht safe. Tolle Map. Ah, Macmillan ist da immer wieder... Immer wieder schön. Scourge-Trop wäre hier links hinter mir sogar. Vielleicht können wir dann nochmal den einen Generator zurücksetzen. Ah, ne, der ist schon fertig inzwischen. Okay. Oh, die haben das hier zugemacht. Finde ich jetzt nicht so cool. Na gut. Keiner kann auch bleiben. Da ist sogar jemand gewesen, ey. Ah, Steve rennt in das Gebiet, wo nichts ist. Geil. Das ist schön. Den ersten Hit kriegen wir auf jeden Fall. Den zweiten könne schwierig werden, weil er dann den Boost bekommt und da vorne... Vielleicht schafft er es sogar noch rechtzeitig da hin. Ne. Da vorne ist auf jeden Fall noch ein bisschen wat. Ja. Die andere ist auch wieder hier. Das heißt, falls er down gehen sollte... Er rennt halt einfach weg. Falls er down gehen sollte, muss ich nachher einmal gucken, wo die andere ist. Nicht gesehen. Hahaha. Wieder stark gemacht von ihr. Da kommt noch jemand. Gehen auf weg. Okay. Dann sammeln wir ihn auf. Und er kommt hier vorne ran. Dann wird er erstmal wieder zurückgesetzt. Und... Könnte schon wieder soon TM dunkel werden. Oh, da ist direkt zu. Die geht weg. Ich mach jetzt hier auf. Und diesmal würde ich auch anders porten. Nämlich hier jetzt so. Dann bin ich nämlich näher dran. Dann kriege ich zumindest den Hit. Ist natürlich wieder nicht gesagt, dass ich sie erwische, weil ihr das eben schon nice gemacht habt. Aber... Wenn ich einfach mal versuche, mich nicht selber zu bambuseln, könnte das vielleicht auch was werden. Ich sehe sie ja. Wollte sie jetzt nur hier hin. Ja, okay, nice. Dann haben wir sie, glaube ich. Jo. Die war hart im Nehmen, oder? Der Jen ist durch übrigens. Huh. Vielleicht war sie nicht hart im Nehmen. Sie sammeln wir direkt auf. Skirchy, Merchy. Ist. So weit weg. Ich pack sie mal hier hin. Ist halt doch geil, wenn mal jemand stirbt, ne? Ja, Kate, renn doch in das andere Gebiet, wo nichts ist. Wieso machst du das denn nicht? Na gut, wenn sie hier so zögerlich läuft, müssten wir sie auch kriegen. Die anderen heilen sich da. Ach, schade. Sind fertig geworden. Die kommen jetzt aber an den Skirchhook. Hinter mir rennt jemand. Ich weiß nicht, was die Person vorhat. Steve? Was war deine Mission? Was hat er hier vor? Weiß man nicht, oder? Da hinten ist, glaube ich, nur noch diese eine Palette, die jetzt hier ist. Ah, ist nicht drauf reingefallen. Schau mal. Ah, nice. Jetzt haben wir ihn. I get grappled. Uh, das wäre... Schade. Sie schafft es, glaube ich, heute nicht mehr. Aber ich bewundere, dass sie es immer wieder versucht. Nee, das war jetzt mega dumm. Ah, schade. Ich dachte, sie wäre es schon weiter. Ja, ich bin da, keine Sorge. Ich muss mich nicht porten, ne? Das ist dir klar, oder? Ach, herrlich. Fierder Jen ist angegangen. Sie ist, glaube ich, noch nicht tot. Oder? Chat! Oh, und es wird Nacht. Das ist doch schön. Wo ist denn eben der Generator angegangen? Der da? Kann das sein? Chillt oben. Moin! Oh, sie guckt nicht. Ich hoffe eigentlich, dass ich die Luke finde. Wenn ich die schließen kann. Ja. Geil. Habe ich zumindest das... Nochmal. Ist sie umgedreht? Sie ist umgedreht. Okay. Moin! Ja, ich habe jetzt Vorteil. Komm, noch einmal Dead Art. Sehr schön. Nicht, dass es irgendwas gebracht hätte. Aber, ja, guter Job, ey. Die haben doch ganz gut hier die Generatoren gemacht. Vier Stück haben sie geschafft, Leute. Hi, Pess. Moin, moin. Na? Willkommen im Stream. So, was geht im Chat schon wieder, Leute? Wenn ich Spieler spiele, bin ich ja irgendwie immer out of order. Wie kann man so ein freches Lukenlack haben? Hallo! Gönnen wir doch mal eine Sache. Packt mit dem Teufel. Ne, packt mit dem Enditus. PG. Hey, fun guys. Ah ja, guck mal. Diesmal habe ich auch ein bisschen mehr Hinterhältigkeit bekommen. Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen häufiger geportet bin. Aber ich muss sagen, dass in Schränke porten ist, glaube ich, inzwischen schon so, dass die Survivor, dass du die Survivor damit nicht mehr so wirklich bekommst. Sie hatte Dead Art und Frontal dabei. Ja, man merkt so langsam aber sicher, die Survivor wissen schon, wie sie gegen Dretsche spielen müssen. Wissen, wie sie dann so ein bisschen auch darauf reagieren können, wenn ich mich teleportiere und so weiter. Nicht, dass ich das sonderlich gut machen würde. Aber hey, es war auf jeden Fall eine lustige Runde. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin macht ihr euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.